Das Internet spielt eine sehr zentrale und wichtige Rolle bei der Verbreitung von Verschwörungstheorien, aber auch bei der Entstehung von Verschwörungstheorien. Es geht dann darum, dass Leute aus verschiedenen Ecken der Welt plötzlich Schnipsel und Beweise und angebliche Fakten zusammentragen können. Und das verstärkt sich dann aber gegenseitig, weil die Leute bestätigen sich dann immer wieder in ihrer Meinung und dann werden die Verschwörungstheorien immer größer, abenteuerlicher und auch absurder.